Ihr Haus ist Ihnen zu groß geworden und Sie überlegen, Ihre Immobilie zu verkaufen und sich zu verkleinern? Wir wissen, dass das ein sehr großes emotionales Thema ist, denn es handelt sich nicht nur um das Dach über Ihrem Kopf, sondern um Ihr Zuhause. Das haben Sie vielleicht von Ihren Eltern übernommen, haben das Haus Stein für Stein selbst aufgebaut oder haben Ihre Kinder dort groß werden sehen. Und trotzdem kann der Verkauf der Immobilie sinnvoll sein. Denn wenn die Kinder einmal aus dem Haus sind oder man den Lebenspartner verloren hat, dann ist das Haus schlichtweg zu groß. Man muss den Garten ja trotzdem noch pflegen und auch Instandhaltung in diesem Haus betreiben. Das kostet nicht nur Geld, sondern ja auch Zeit. Und eine neue Immobilie kann da ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Für den Verkauf der Immobilie macht es auf jeden Fall Sinn, einen Immobilienmakler zu beauftragen. Denn wir kennen den Markt regional und wir wissen, wie man den besten Preis für Ihre Immobilie realisieren kann. Wir wissen, dass wir in dieser Situation nur eine Chance haben, für Sie den besten Preis zu realisieren. Und wir beschäftigen ja ein ganzes Team damit, jeden Tag Immobilienprobleme zu lösen und für unsere Kunden das beste Ergebnis zu erzielen. Und weil wir uns ja jeden Tag mit Immobilien beschäftigen, können wir Sie dabei unterstützen, die passende neue Immobilie in der richtigen Lage zu finden. Deshalb stehen wir Ihnen mit unserer Expertise gerne zur Seite und begleiten Sie von der Verkaufsentscheidung bis zum Notartermin. Wenn Sie also Ihre zu groß gewordene Immobilie verkaufen möchten, rufen Sie uns gerne an. Wir freuen uns auf Sie. Wir freuen uns auf Sie.